Herzlich willkommen auf Boxingars, Leute. Trainieren wie die Profis. Ich bin's wieder, euer Ferhat und mit dem heutigen Thema drei Verteidigungstechniken für euch. Ja Leute, heutiges Thema, drei Verteidigungsmethoden für euch, die man beim Boxen anwenden kann. Das ist hier einer meiner Schüler, das ist Josef. Josef, danke, dass du da bist, wie du dir Zeit genommen hast. Er wird mir heute ein bisschen helfen und euch das dann demonstrieren, wie das aussehen soll, wie ihr das richtig machen soll. Und ich würde sagen, wir reden nicht so lange, sondern fangen gleich an. Erste Methode ist das sogenannte Parieren. Wie funktioniert das, wie sieht das jetzt aus? Ich stelle uns jetzt mal hier so eine Boxstellung hin. Wenn ich jetzt zum Beispiel mit dem Jab schlagen würde, also mit der Führhand, dann pariert Josef meine Hand. Und zwar so. Nochmal, bumm. Nochmal, bumm. Jetzt mache ich das mal ein bisschen schneller. Und achtet mal auf meine Hand, was dann passiert. Andere Hand. Sehr gut. Was ist jetzt hier passiert? Josef hat meine Hand geblockt. In dem Moment, wo ich fast vor seinem Gesicht bin, schiebt er meine Hand einfach nur weg. Ganz kurz. Es ist wichtig, dass ihr hier ganz kurz nur antippt und gleich die Hand wieder zur Deckung. Weil es könnte auch so sein, dass der Gegner vielleicht schlau genug ist und hier gleich rüber kommt mit dem linken Haken. Deswegen ist es wichtig, die Hand gleich zum Gesicht zu ziehen. Ohne Haken. Nochmal. Bumm. Bumm. Seht ihr? Immer gleich die Hand. Kurz und gleich wieder hier hin. Kurz und gleich wieder hier hin. Immer zum Kinn zurück. Das ist das Wichtigste. Das ist das sogenannte Parieren gewesen. Es ist sehr effektiv, wenn man zum Beispiel im Rückwärtsgang ist und ich komme zu ihm, er pariert nicht. Ich komme zu ihm, er pariert meine Hand. Ich schlage mit der anderen Seite, er pariert wieder. Er pariert wieder. Das ist sehr effektiv. Er kann daraus nämlich auch viel Konter machen. Beispielsweise, er kontert jetzt meine Schlaghand ab und haut mich gleichzeitig mit einem Cross. Oder er könnte auch mit derselben Seite auch hauen. Er kontert und haut hier rein. Also das ist gut zum Kontern und auch zum Verteidigen beim Rückwärtsgang. Sowohl beim Rückwärts auch als beim Vorwärtsgang. Es ist immer gut anwendbar und auch zum Kontern ganz schnell. Also das ist das sogenannte Parieren gewesen. Ja Leute, wir kommen zur nächsten Verteidigungsmethode und zwar das sogenannte Pendeln. Und wenn ihr es jetzt wichtig, wenn ihr es zu zweit macht, so wie wir es jetzt machen, dann muss der Partner, der auf den Kopf, also auf euren Kopf schlägt, auf jeden Fall immer zur Stirn zielen. Warum? Denn hier kann er immer meine Schläge sehen. Er geht nach rechts, er geht nach links, er geht wieder nach rechts, er geht wieder nach links. Und das was Yusef jetzt gerade vormacht, ist das Pendeln. Also wir stehen vor dem Gegner oder vor dem Partner und sehen die Schläge und gehen einfach nur nach links und nach rechts. Einfach nur den Kopf nach links und nach rechts bewegen. Was ist dabei wichtig, wie das Yusef macht? Er verlagert das Gewicht jetzt auf das rechte Bein. Warum? Weil von hier aus könnte er mich zum Beispiel abkontern mit der rechten. Warum? Oder er könnte auch mit der linken. Er geht hier rüber und könnte mich wieder zum Gesicht treffen. Warum? Oder auch zu meinem Körper beispielsweise. Er geht runter. Warum? Leberhaken. Deswegen immer dieses Verlagern des Gewichts auf das eine Bein. Das ist immer wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wenn ihr das macht, dann macht das erstmal langsam, damit ihr die Bewegungsabläufe euch verinnerlicht. Und dann werdet ihr immer schneller. Und dann würde das Ganze auch so aussehen. Wenn wir das schneller machen. Bumm. 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 Ganz genau so wie das Yusef macht. Das ist perfekt. Er verlagert das Gewicht immer auf seinem Bein. Und zieht immer den Kopf weg. Und hat vor allem auch die Augen offen. Das ist auch sehr wichtig. Lasst immer die Augen offen, damit ihr sehen könnt, was ihr am Gegner machen könnt und wo die Lücken sind. Ja, das war die zweite Methode. Das war das Pendeln. Und jetzt kommen wir nochmal zur dritten Methode. Und zwar dem Tauchen. Das ist auch zum Beispiel von Tyson, das Pendeln und das Tauchen. Ist sehr berühmt dafür. Gerade als kleiner Mann ist es sehr gut. Wie funktioniert das jetzt? Ich als Partner bringe einen Schwinger über seinen Kopf. Und er geht knapp unter meiner Hand durch. Also. Hopp. Rüber. Nochmal. Hopp. Rüber. Nochmal. Hopp. Rüber. Viele machen den Fehler. Die machen das hier. Zeig mal wie man es falsch macht. Bumm. Die gehen ganz runter. Ne. Es muss nicht. Also es ist nicht unbedingt falsch. Aber. Es ist unnötig. Denn du verschwendest viel Kraft. Ne. Wenn du das jedes Mal im Kampf machen würdest. Dann hast du auch irgendwann schlappe Beine. Und das willst du ja natürlich nicht. Deswegen. Nur so viel wie es nötig ist. Hier. Weil ihr müsst ja auch schnell sein. Schnell abkontern. Wenn er jetzt hier ist, könnte er mich abkontern. Bumm. Oder er geht rüber. Bumm. Ne. Er muss schnell wieder hochkommen und dann reinhauen. Und deshalb nur das Nötigste. Wir machen das jetzt wieder ein bisschen in höherem Tempo. Also. Hopp. Hopp. Und er guckt mich auch die ganze Zeit an. Er hat den Blick immer bei mir. Und geht nur so einen kurzen Weg runter wie es nur nötig ist. So wie der Handschuh auch über seine Hand kommt. Genau so. Und Gewicht verlagern. Guckt genau auf seine Beine. Er macht es nämlich genau richtig. Okay. Ja Leute. Das waren die drei Verteidigungsmethoden, die wir euch heute vorgestellt haben. Also erstens das Parieren. Das kurze Antippen und Blockieren der Hände. Zweitens das Pendeln. Einfach nur den Kopf nach links und rechts ziehen. Und das dritte war das Tauchen. Ne. Unter seine Hände durchtauchen und zum Gegner rangehen. Um dann ihn schnellstmöglich abzukontern. Ja Justef. Ich bedanke mich, dass du da warst. Das war auf jeden Fall sehr gut. Und du wirst auf jeden Fall öfter. Also ihr werdet Justef öfters sehen in den Videos. Ähm. Ich verlinke auf jeden Fall seine Seite und seinen Channel unten in der Beschreibung. Dann könnt ihr ihn auch angucken. Ähm. Abonnier auf jeden Fall meinen Kanal, falls du keine weiteren Videos mehr verpassen willst. Und Tipps bekommen möchtest über das Boxen. Und freu dich auf die weiteren Videos. Bis dahin. Ciao. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.